Das ist der Hammer. Die CPU war so gut, als er weg war. Guck mal, der Waran. Warte, warte, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, warte. Guck mal, der Waran. Dick, ha ha. Juge, wie nimmt der den Ball an? Ach sooo. Hallo, wo ist Waran? Da. Kann ich nicht da so, ist jetzt so. Achtet mal. Guck mal, vor allem, vor allem so steht er da, so. Wie so eine Ballerina. Und dann schießt Eusebio mit 5000 kmh. Der hat die Beine so breit wie... Ja, wie halt... Jemand, der die Beine breit machen will. Und... Hä? Und dann passt der den halt raus. Und dadurch kriege ich den halt dann nochmal. Aber trotzdem, das ist ja Wahnsinn.